aus von 2.800 auf 2.000 euro werde ich dann auch der games war zum zocken heißt der lief jetzt eine woche was mich aber nicht stört für den preis drei jahre garantie okay verstehe ja okay aber völlig also für den preis wirklich geht völlig klar hat das gemacht und windows 11 wahrscheinlich so Ja, ich glaube 11, ich zocke gerade auf einer GTX 1080, also wird ein Upgrade sein. Absolut, Digga, also ich habe gehört, GTX 1080 soll noch, also das ist wirklich das Minimum, was du noch zum Zocken benutzen kannst, aber es wird Zeit für ein Upgrade, Alter. Oh, wie ist der Schuss, Mac? Alter, Falter, Dennis! Erschreck mich doch nicht so, verdammte Scheiße, Mann. Alter. Junge, Alter. Survive and Extract. Das war blöd, nicht wohl an dem Chat, das war Sound Alert von Red. Ich stehe auf dem Balkon, rauche eine und höre meinen Namen, was ist los? Ach, Lava, kein Scheiß, du hast sogar zum Blöp abgespielt. Lava, doch nicht. Nee? Erschreckt, nee, Alter. EFT schaffe ich es teilweise nicht mehr mehr, Spawn steht immer Serverless, außer Factory und will unbedingt neuen Wallen. Ja, das liegt, ja. Das liegt vermutlich am Rechner. Dass du nicht reinkommst. Macht Sinn. Habe ich früher auch damals gehabt, wo ich EFT angefangen habe, habe ich noch richtig scheiß PC gehabt und habe genau das gleiche versucht, da hatte ich noch das gleiche Problem damals gehabt. Hab ich gerade zwei Spieler genutzt? Clip that shit. Clip that shit, Alter, ihr habt zwei Spieler genutzt. Fickzeug, Alter. Ihr Arschleher. Sag doch, ich war das nicht. Weiß ich doch nicht. Bro, was für ein Noobs, Digga. Oh, die haben mich mit Taschenlampen versucht zu blenden. Arschleher. Fuck, ich habe nur ein CMS. Fuck. Ich habe nur ein CMS. Boah, du Stück Scheiße, Alter. Oh. Mein. Gott. Ist das asozial. Alter, weiter. Junge, hör auf. Ich gebe mir gleich eine Spritze, Digga. Ein bisschen zu heilen. Da gehe ich mir in die Spritze, Digga. Rupital. Goal. Ich gehe so kaputt mit den Sounds. Ich kenne das den ganzen Tag. Starbitt. So habe ich die genutzt. Holy shit, Alter. Wir haben einen Halbständer bekommen, Digga. Holy shit, Alter. Diese Wichser, vor allem, die haben die ganze Zeit, die campen die ganze Zeit. Hören zu, was ich mache. Ich schlage das Fenster ein mit dem Messer und dann kommen die angerannt wie verrückte, Alter. Was für Pussy, Alter. Ich habe nur US-Money. Die größte Drecks-Money hatte ich gehabt. So, ihr Arschleer. Was hat das für kein Loot? Ist du in Black Ops 6? Äh, ja, hatte ich vorgehabt. Ja. Du? Auch, oder? Ja. Das ist ein Wichser-Schmeißer auf die Nachte. Wichser, Alter. Ah, mein Armschuhl ist ja kaputt geschossen, Digga. Ja, auch. Muss aber noch eine Maus holen. Sie ist mir auch verrekt. Scheiße, weil mir ist alles kaputt gegangen, oder was? Wieso, können die mich mal in Ruhe lassen, hier unten? Alter, geht das doch nicht rein. Wie gehen die Kugeln aus? Level 19. Der hat keinen Helm gehabt. Ist das bescheuert? Deswegen trägt man einen Helm, Alter. Genau das sehen wir uns. Den ist, Alter. So, Monster, Alter. So, Monster, Alter. Schnell alles einpacken, oder was haben wir ab? Süß. Ich bin hier drin, Alter. Okay. Ich bin hier drin, Alter. Yo, was hat der für ne Waffe?! Was ist das denn?! Wie abgespacedet ist das Ding aus? What the fuck is this?! Gut, dass ich den Kopf getroffen hab, Alter. M855. Süß. Ich hab... Ah, ich seh zum ersten mal nen Bypod tatsächlich. Mussel aus mit mir. Geht das? Oh, wie hab ich's denn eingestellt? Hä? Das ist doch nen Bypod, oder nicht? Was ist das mit dem fucking Fortnite-Sound-Effekt? Hä? Was ist los mit dir? Strom ist an, wir hauen ab. Oh, ich loote. So, wo wir schon hier sind. Füllung war seltenes. Boah, ich glaub die Runde kommt auf YouTube, Alter. Sag schonmal Hallo YouTube in Chat. Ich glaub das wir jetzt ja online sehen. Abonnieren. Abonnieren. Wollen wir mal arbeiten, wie sie zu dicht waren. Na, ich wollte ja nichts fixieren. Ist das echt oder nicht, Alter? Na, ich wollte ja nichts fixieren. Okay, kann man keine Ratte hier schon mal campen? Ja, ich wollte ja nichts fixieren. Ich wollte ja nichts fixieren. Ich wollte ja nichts fixieren. Habt ihr die gleiche Idee wie ich? Ich kenn die Map nicht mal. Das ist Reserve. Die gibt's schon ewig. Du nimmst eine Garte in die Hand und dann drückst du eine bestimmte Taste, die ich vergessen habe. B für Tripwire. Ja. Machst hier so ein kleines Seilchen hin. Machen wir mal von hier nach hier. Oh nee. Abbruch. Warte mal. Machen wir mal. So. Boom. Jetzt darf ich bloß nicht durchlaufen. Jetzt darf ich bloß nicht durchlaufen. Und jetzt warten wir ein bisschen. Hier. Gut. Hier alles clear. Das hier eine kämpft. Okay. Es kämpft keiner. Kann schon mal aufmachen. Mal schauen. Wenn einer durchläuft, macht's bum bum bum. Hä, seit wann geht das? Das ist seit diesem Vibe tatsächlich. Seit diesem Vibe gibt's Stolperdrahtquallen sozusagen. Mit Granaten dran. Was braucht man dafür? Ähm, du musst eine Quest abschließen. So eine kleine Quest. Die ist nicht schwer. Die dauert auch nicht lange. Die kommt recht früh tatsächlich. Und sobald du die Quest abgeschlossen hast, kannst du die Dinger kaufen. Und du kannst sie in deinen Special Slot tun. Oh mein Gott, Simon. Äh, Dennis. Diese Schritte. Einfach Stöckelschuhe. Du kannst sie reinpacken. Und dann, wenn du stirbst, bleibt es halt natürlich. Aber du kannst halt mit Granaten, du musst sie dabei haben, die Granate. Genau. Ich hätte noch eine Granate, aber ich hätte noch ein zweites Tripwire-Ding gebraucht. Und dann kannst du Stolperdrahtquallen platzieren. Wir warten ein bisschen, nicht lange. Ich will es nicht die ganze Zeit hier verbringen. So. Aber wie habe ich denn eingestellt, dass ich mein... Toggle-Bipod. Ach, STRG-V. Warte mal. Ah, das ist auch neu. Dass du jetzt ein Ding platzieren kannst. Zwei Beine. Dann hast du weniger Rückstoß. Das ist gut. Das ist auch neu zu dem Wipe. Du kannst jetzt auch, wenn du an der Ecke stehst, kannst du eine Tasse drücken, die du belegt hast. Und dann kannst du eine Waffe an die Wand dran lehnen. Hast auch ein bisschen weniger Rückstoß und kannst ein bisschen engeln, weißt? Das ist auch neu. Und es ist... Es gibt jetzt auch Left Shoulder Peak. Das heißt, du nimmst einfach die Waffe von rechts nach links. Und hast halt ein bisschen besseren Engel. Das lohnt sich auch ziemlich, weil du bist halt ziemlich verdeckt. Es ist besser, als wenn du so peaken würdest. So bist du offener für den Gegner. Aber so bist du, ne? Weniger für den Gegner da. Von seiner Perspektive aus. Ich bin kurz zusammengezuckt innerlich. Kurz hattest du mich, Alter. Das ist kann nicht... Random Explosion kann nicht sein. Ich kann das nicht mehr, Shit. Ich kann... Quakele. Ich gehe kaputt, schreibe. Er lacht sich da zur Zone. Oh, Shit, Alter. Kommt keiner jetzt, oder? Wir warten noch... Komm, 1.30 warten wir noch und dann gewartet. Wenn da keiner kommt, dann ist es zu. Ich frage mich, ob die Falle bleibt, wenn ich rausgehe aus dem Raid. Eigentlich schon. Muss echt bleiben. Ich denke, wie hat er diese Waffe her? Ich verstehe das nicht. Vor allem mit diesem Griff, die so viel wert, glaube ich. Also die Haka, okay, bei Pod. Keine Ahnung, die fragt mich nicht, wo er die Waffe er hat. Ich verstehe es nicht. Vielleicht... Vielleicht hat er es von Ding. Arena. Er hat es geklippt, Alter. Mein Gesicht. Kurz gezittert. Kurz... Anfallingab. Ja. Oh, schießen mal. Für Bait. Okay. Das wird nichts. Tschüss. War eine schöne Runde. Auf Wiedersehen, YouTube. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auf Wiedersehen. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Tschüss.